und dann bin ich erst mal fertig dass die nächsten dann könnt ihr mal auf der japan das war da denn auf alter mein mammut hatte zweimal auf ich habe außerdem gerade ein tricerat auf angegriffen weil ich nicht gesehen habe dass er sein schwanz war scheiße naja mein mammut hat ihn mit zwei schlägen plattgemacht also das mammut ist nicht normal halt so einer nein ach mal fleisch aus so einem kleinen wie krass dann dürft ihr als nächstes nicht mal ein bisschen mehr stein abbauen dann war es auch schon tag Das ist gut. Da oben sind die 17er Topps. Echt nicht normal. Mammut, Mammut. Hallo, mein Freund. Ne, da sollt ihr nicht rein. Wiegt jetzt? Uh, 63. Das ist ein bisschen zu viel. Wenn wir das raus, dann reicht es. Das heißt, ich muss jetzt nur für mich Steine sammeln. Na, wäre der Server nicht offline gewesen, hätte ich heute viel mehr schaffen können. Was ist da da eigentlich? Gerade. Gerade eben. Gut, dann gehe ich da gleich hin. Gieß mal, ich glaube, den Hinterausgang. Hier ist ja gar kein Stein mehr. Gieß mal, der hat den ganzen Stein abgebroßt. Ey, ist ja echt kein Stein mehr. Da ist Stein. Okay. Gut. Oh Ich weiß nicht, Thomas. Das war's. 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 Das war's.